Hallo, 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 hallo. Immer noch dasselbe Problem wie letzte Folge. Zwei schlafende Revenger, ein schlafendes Paraceletum. Oder wie es auch immer sich schimpft. Das Pferd hier. Ich bin aber mittlerweile bei 75%. Ist das gut? Das klingt sehr gut. Ich glaube zwar, dass du trotzdem vor mir fertig bist, aber... ... 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 Ob die anderen, die nur das Essen brauchen, ne? Oder ob die an Hungertod gestorben sind. Oh, 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 oh! wir haben jetzt beide so knapp 25 also läuft hier nicht schlecht perfekt und ich habe gerade noch mal nachgelesen ich weiß jetzt wo wir die glottes kriegen in der höhle wo wir am anfang drin waren da in die höhle müssen wir rein richtig fischer die da drin sind müssen wir abmoxen und dann rein in die höhle und dann kannst du mit diesen betäubungspilzen kannst du die passivteam die glottes mit den pilzen hier bin jetzt bei 79,4 prozent weiß auch schon genau wie ich die beiden nenne ich hätte ein raptor im angebot mhm taming ding ist besetzt hier kannst du keinen da rein hier ist reserviert wo soll denn jetzt hin ein raptor level 36 kannst du killen nö der legt sich da gerade mit so einem ding an da hinten sind neue revengers aufgetaucht ein 44er und ein 28er langweilig und ein 16er langweilig langweilig pferdwert fertig 80 80 80 81 85 80 60 64 46 99 Was ist das? Ich war erfolgreich. 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 Hm, keine Ahnung. Dabei doch eventuell da oben mit drin. Hm. Oh, ich hab's fast. Jetzt hab ich schon wieder geschissen. Was? Was denn? Nichts. Lass mich noch vorliegen. Du hast... Hast du... Ja, die Tasten E und T liegen direkt nebeneinander. Also wenn ich Narkosemittel von dem einen in den anderen schubsen will, bin ich dabei, aus Versehen, drei Stück auf einmal fresse. Ich liege ja sicher, ne? Schlafen wir alle ne Runde zusammen. Du bist so dämlich, ne? Was anderes kann ich da schon nicht mehr zu sagen. Oh, yeah. Oh, oh. Oh, ohhhh. Oh. war ein schönes nickerchen irgendwie ist der zweite wohl fitter drauf weil der zweite hat jetzt 98 prozent und der andere hat 400 euro trotzdem der zweite ist zuerst fertig 92 prozent wert fertig fährt 93,2 prozent komm komm mein junge ich weiß wie ich dich nenne ich habe schon einen namen für dich blümchen viel cooler so oh 94,3% Schaffen wir es noch? Ich muss mal meinen Ort wieder ausleuchten, es wird schon wieder dunkel. Nein, Revengers, ihr bleibt da oben. Werd fertig, werd fertig. 94,9% Ich hoffe, den Raptoren geht es auch noch gut. Aber die hatten ja genug Essen von dir im Inventar noch, ne? Hm? Die Raptoren, genug Essen? Bestimmt, ne? Eigentlich schon, ja. Und uneigentlich? Friss, 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 friss oder stirb. Noch 3,4%. Noch mal ein Pferdchen, Level 27 oder 28. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wer macht ihr Kopfschmerzen, Jenny? Jenny, wer ist böse zu dir? Gerade gar keiner. Vorsicht, ich komme! Hallo, hallo ihr beiden. Hallöchel! So, du kriegst da und da und das da rein und du da. So, das letzte Narkotik habe ich jetzt reingeworfen. Wo stehen wir? 98,2 Prozent. Wunderbar. Okay. Magst du ein Stück weggehen, dass ich wirklich auch die Punkte kriege? Danke. Komm! Nein! Wer macht jetzt von euch zuerst Männchen für mich? Keiner? Ihr seid blöd. Das macht keine Männchen für mich. Komm mal mit, Jungs. Ich will mal sehen, was ihr hier könnt. Jetzt opfert die beiden aber nicht schon wieder. Und? Oh, 99,1 Prozent. Komm, noch einmal fressen, mein Schatz. Komm schon. Komm schon, werd wach! Na und, hast du was fertig gemacht? Hm. Darf ich vorstellen? Kleiner Onkel. Oh mein Gott, es will. Es war so klar, Leute. Es war so klar. Pass mal lieber auf, dass du hier mit dem Ding nicht platt trampelst und so schnell ist du auch nicht unterwegs, ne? Es geht. Vielleicht hat er keine Sprintenergie mehr. Ja. Hat kein Sprintenergie mehr. Ich geh ganz normal. Du musst den direkten Weg gehen. Hm. Und noch äh. Ja, ich bring die anderen beiden mit. Ich glaube, ich muss den Weg gehen. Alle vier, mir nach. Stopp, du kommst her, du kommst her, eingetreten zum Appell. Und stopp, du kriegst Lebensenergie, du kriegst nackt am Schaden, du kriegst nackt. Hast du noch ein bisschen Fleisch für die Bulb Dogs? Für was? Ich hab noch zwei Stücke Fleisch, ja? Wofür brauchst du? Für die beiden Bulb Dogs hier. Hä? Gibt ihr noch Pilze? Ja, ich hab keine Pilze. Nicht aufheben. So ihr Lieben. Und wir müssen jetzt auch schon raus aus der Folge wieder. Hier. 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 Du hast jetzt deine kleine Karawane. Lena hast du hier. Und die anderen hast du hier hinten stehen. 95, 35. Nicht schlecht, ne? Jetzt brauchen wir nur ganz viele Sattel, ne? Ach Quatsch, du musst doch nicht jedem von dem Viech an den Sattel verpassen. Naja, die Rollratte muss ich in den Sattel verpassen, ich muss den Pferd in den Sattel verpassen. Ich hab einen Raptor-Sattel, das reicht. Das bohriert zum Beispiel, wenn ich den Ravager-Sattel irgendwann lernen kann, dass ich den noch dazu nehme. Aber erstmal, werde ich die beiden Ravager auf jeden Fall erstmal dauerhaft mitnehmen. Sind sie sowieso nur Level 60, müssen leveln. Und wenn da mal irgendeiner blöd kommt, nehme ich die beiden als Bodyguards mit. Das macht meiner Meinung nach am meisten Sinne. Am meisten Sinne? Am meisten Sinne. Oh, ich hab, ich hab Gammelfleisch am Bar. Gammel. Am meisten Sinne, sagt er. Ja, hast du was dagegen, dass ich das so sage? Nee, ich find's nur witzig. Weil in meinem Sinne ist am meisten Sinne, wenn ich am meisten Sinne Sinne solle. Stopp, wir wollten raus. Wir wollten raus, ne? Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.